Tim und Ann-Kathrin haben das sehr, sehr schön mit einem roten Leitfaden aufgebaut und es war sehr gut nachzuvollziehen, in welche Richtung das Ganze geht und das hat einem sehr viel Sicherheit gegeben und einen guten Rahmen geschaffen, auszuleben, was gerade an der Reihe war und anstand und so weiter und so fort. Also ich kann es jedem empfehlen, der für sich persönlich einfach nochmal einen tieferen Weg in die Gefühle, mehr ins Herz rein möchte, hier teilzunehmen.